Religion hat nichts mit Zwang zu tun, es sollte zumindest nichts damit zu tun haben, auch wenn die Realität in vielen Teilen der Welt anders aussieht. Religion soll etwas verkörpern, was ich tue, aber der Ursprung dessen ist ein Glaube in mir drin. Und ich kann Religion ohne Glaube praktizieren. Ich kann ein Rahmenleben in einer Form sein ohne Inhalt. Aber dahinter, da drin steckt keine Liebe. Und das ergibt für mich in meiner Beziehung zu Gott keinen Sinn. Gott gibt mir keine Fleißpunkte für die Dinge, die ich nur deshalb tue, weil ich denke, dass sie gut sind. Ich kann mich mit meinen Taten nicht besser oder schlechter in seinen Augen machen, weil ich in seinen Augen immer gleich wertvoll und immer gleich geliebt bin. Wenn ich davon ausgehe, dass ich mir irgendetwas erarbeiten kann, dann habe ich das Prinzip der Gnade nicht verstanden.